Warte mal. Ja, okay. Nein. So, weiter geht's. Ab durchs Irrenhaus. Juhu. Ich liebe diese Viecher. Oh, schade. Na, komm. Zeig dich mir. Verdammt, jetzt lass mich meine Zähne einsammeln, wenn schon nicht die Zahnfee kommt, wie ich Zeit habe. Ach, da geht's weiter. Gut zu wissen. Und dann geht's hier rüber. Hier bin ich jetzt drinnen. Ist auch schon mal gut. Ach, ja, natürlich. Viel Spaß dabei. Was ist denn das jetzt, genau? Also, auch so eine... Puppe. Gut. Das reicht doch schon mal wohl als Antwort, oder? Was für ein sauer geiles Level. Da vorne ist noch eine Erinnerung. Da geh ich zuerst hin. Na? Die Beweise sind erdrückend. Jedes Geschöpf hat eine Aufgabe. Es ist meine geheiligte Pflicht, jeden jungen Menschen seiner Bestimmung zuzuführen. Sei sie nützlich oder nicht. Verstehe deine Geschichte. Deine Mythologie. Äh. Ja. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Ich bin von da her gekommen. Ups. Da bin ich wohl gegen gekommen. Das ist wohl nicht ganz so klug. Irgendwo. Ja. Oh. Hallo, ich möchte dich angreifen. Verdammt nochmal. Scheiß Puppenmädchen. Wieso kann das jetzt auch noch... Oh. Puh, aah. Es gibt ja immer noch. Äh, ja. Versuchen wir es doch einfach mal. Tum. Gut. So ist es wirklich dazu da, um hier hochzukommen. Gut. Oh. Das war irgendwie falsch. Also man muss... Warte mal, wo bin ich gerade? Ach da. Man muss... Hier hin. Dann hier hin. Dann da drauf. Und dann... Da hin. Gut, was hat sich jetzt geändert? Ich hab's nicht gesehen. Das ist jetzt scheiße. Nein. Jetzt. Verdammt, was hat sich jetzt geändert? Wo muss ich hin? Kann ich da drauf schießen? Nein. Ups. Das war halb so klug, wie's aussah. Also da... Passiert schon mal nichts. So. Was passiert denn jetzt? Wenn ich hier mein geliebtes Teil drauf stelle. ... Ja. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber ich würde gerne... Hm. Hm. Gut. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. So. Aha. 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 I have checked it. Das bedeutet... Drauf. 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 Und... Ja, man. So macht man das. Sollte ich nur nicht sterben. Das wäre äußerst uneffektiv. Hoch mit dir. Wieso bin ich jetzt auf einmal klein? Okay, ich habe... Keine Ahnung. Oder war ich schon immer klein? Nase? Flasche. Flasche. Okay. Da komme ich nicht hoch. So. Wo war ich gerade? Wo ist das verdammte Schwein? Ich wette, ich muss das Schwein abknallen. Hm. 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 So bin ich so doof und sehe das Schwein nicht. Ding. Nein. Nein. Boah, dass du mich die ganze Zeit... Ah, nein. Das Auge guckt mich nicht an. Gut. Sehr gut. Das ist auch kein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hätte ich ja so gar nicht gesehen. Komm runter. Fein. Nein. Oh. Vielleicht... Vielleicht... Hm. Nein. Nein. Hm. Scheiße. runter springen, weiter laufen, weiter hoch, weiter hoch und durch. Nein. Juhu, baby, baby, things boom. Andere Waffe bitte. Aua. Hallo. Oups. Oups. Na. Oh. Aua! Aua! Erstes Teil weg. Erstmal Leben auffüllen. Hallo! So. Und jetzt! Mein Lieber, jetzt bist du! Aua! 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 Na? Komm! Schlag mich doch! Aua! Aua!